Okidoki Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. Wander. Es geht weiter mit der sechsten Welt, Magmatifen. Und so wie es aussieht, gibt es nicht mehr allzu viele Level hier, bevor wir das letzte Level in dieser Welt erreichen. Da denke ich, dass ich eventuell ziemlich zügig vorankommen könnte. Jetzt sehe ich gerade nur noch zwei Level. Und hier auf der anderen Seite, da waren wir schon ganz am Anfang. Das ist nur eine kleine Abkürzung. Nice, hier habe ich auch alles gemacht. Gut, dann legen wir direkt los. Warte mal, aha, genau, die Kampfparty, Magma Arena, die checken wir ab. Dafür gibt es einen Wundersam. Ok, wieder einmal muss ich alle Gegner besiegen. Ich glaube, ich fange auf ganz entspannt mit zwei Feuerblumen an. Oder ne, eine Feuerblume und einmal in der Elefantenform unterwegs sein. Nicht viel, und bei dir. Ja, jetzt erstmal Super Mario Bros. Wander zocken. Danach ein bisschen schlafen oder so. Huch. Und danach arbeiten gehen. Ah, ok, schade. Aber ok, immerhin. Ah, ich habe den einen verpasst. Das gibt es doch nicht. Den habe ich jetzt auch noch verpasst. Na ja, ich muss schon auf die Zeit achten. Es wäre cool, wenn ich direkt gleich zu Beginn die drei Zehnermünzen bekomme. Mal schauen. Ok, diesmal muss ich hier elf Stück besiegen. Aber ich glaube, ich benutze doch die Feuerblumen. Wobei, die sind alle hier. Wow, nice. Na cool. So kann man sie also anlocken. Die funktionieren fast so wie die WooHus. Nur denen ist, glaube ich, egal, ob du gerade wegschaust oder nicht. So, noch zwei Abschnitte. Und knappe 40 Sekunden. Oh, die zweite Welt ist nice. Ok. Warte mal, wie muss ich denn besiegen? Ach. Alles klar, die Piranha pflanzen. Und diese Kollegen gehen hoch. Nice. Ok, ich habe mir hier ein bisschen Guffi zeigen lassen. Aber am Anfang nicht klar, welche Gegner ich besiegen muss. Ich dachte, ich muss die hier besiegen, aber jetzt ergibt das auch einen Sinn, warum die hier sind. Wenn man die Pflanzen sieht, dann weiß man halt Bescheid. Und da ist noch eine. Und die ist echt nervig. Die ist wirklich nervig. Die ist wirklich nervig. Oh, nee, ey. Nice. Oh. Fast 90 Sekunden. Könnte schwierig werden, ne? Falls ich jetzt wieder alles unter 90 Sekunden schaffen muss, dann ist das auf jeden Fall schwierig. Ok. Ja, diesen Block brauche ich. Ups. Nein, kommt zurück. Oh, ich verliere gerade zu viel Zeit. Das ist aber schwierig. Nicht so easy. Das war unnötig, aber mir ist das gerade so egal. Ich will sie so schnell, wie ich kann, erreichen. Nice. Stampfen, stampfen. Direkt stampfen. Nice. Einfach Zeit sparen. Na gut, dass ich in der Superform bin. Aber unter 120 wäre nice. Unter 100 muss man sein. Okay. Okay, alles klar. Vielleicht kriege ich das hin. Naja, sollte ich. Sonst werde ich höchstwahrscheinlich nicht weitermachen, so wie ich mich kenne. Bis ich das so 100% abgeschlossen habe, das Level. Und ich kenne os gar nicht erf� responder.